Musik Herzlich willkommen zu unserem virtuellen Rundgang durch die Hochschule für Musik und Tanz Köln. Wir gehen jetzt in die größte Musikhochschule Deutschlands. Mit ihren drei Standorten in Köln, Wuppertal und Aachen gehört sie zudem zu den größten Musikhochschulen Europas. Platz bietet sie für über 1500 Studierende und Lehrende aus vielen Ländern der Welt. Und natürlich für viel Musik und Tanz. Im Foyer ist außer in den Semesterferien immer was los. Vor und nach dem Unterricht kannst du hier Kaffee trinken und dich austauschen. An der Pforte erhältst du alle wichtigen Informationen und den Zugang zu den begehrten Überräumen. Hier gilt, wer zuerst kommt, übt zuerst. Nicht zu vergessen sind die legendären Semesterpartys. Dann verwandelt sich das Foyer in einen Club und es fließt kein Kaffee mehr, sondern Kölsch. Musik Kölsch Kölsch Der Konzertsaal ist das Zentrum des Hochschulgebäudes und das Herz der Hochschule. Hier finden auch die Aufnahmeprüfungen statt. Es ist der Ort für unsere Orchesterkonzerte, für Musik-, Theater- und Tanzveranstaltungen, aber auch für Produktionen, unsere Studios für elektronische Musik- und Kammermusikabende. Gerade finden hier die Proben für unser nächstes Symphoniekonzert statt. In der Zwischenetage befinden sich die Büros vom Prüfungsamt und das Studiensekretariat. Hier wird dir bei allen Fragen zu deinem Studium gerne weitergeholfen. Die Mensa bedarf natürlich eher weniger einer Erklärung. Hier bekommst du mittags bis 14.30 Uhr warme Gerichte oder hast die Möglichkeit, dich einer Salatbar selbst zu bedienen. Die Preise sind absolut studentenfreundlich und das Team hat immer ein freundliches Lächeln auf den Lippen. Im hinteren Teil des Gebäudes befinden sich auf zwei Etagen unserer Überäume. Hier ist den ganzen Tag viel los. Aus jedem Raum hörst du Stimmen oder Instrumente. Übrigens, in der Regel ist jeder Raum mit einem Klavier oder mit einem Flügel ausgestattet. Den schönsten Ausblick hast du in der Bibliothek. Man kann sogar die Domspitze von hier aus sehen. Abgesehen vom Domblick bekommst du hier auch deine Noten und Bücher. Und auch stille Arbeiten kannst du hier erledigen oder Material kopieren. Und auch stille Arbeiten kannst du hier auch deine Noten und Bücher. Der Kammermusiksaal ist die kleine Schwester des Konzertsaals. Hier finden auch viele verschiedene Veranstaltungen statt. Wie Workshops, Seminare, Vorlesungen oder Meisterkurse. Die Hochschule für Musik und Tanz Köln bietet ein breit gefächertes Studienangebot von Bachelor- und Masterstudiengängen und vielen interdisziplinären Projekten. Du kannst in einem Studium gezielt Schwerpunkte auswählen und deinen individuellen Weg gehen. Unterstützt wirst du dabei von kompetenten Lehrenden. Es macht viel Freude hier zu studieren. Das solltest auch du dir nicht entgehen lassen.